Ping-Pong Der Frosch und die Kuh Eines Tages spielte ein Frosch auf einem grasbewachsenen Feld, als er plötzlich eine Kuh sah. Hey, Kühe sind sehr groß. Der Frosch war fasziniert von der Größe der Kuh. Als der Frosch nach Hause kam, atmete er tief ein und ließ seine Wangen auf. Dann fragte er seine Familie. So, was glaubt ihr? Sehe ich so groß aus wie eine Kuh? Nein! Die Familie antwortete und schüttelte den Kopf. Also holte der Frosch noch tiefer Luft, blähte seinen ganzen Körper auf und fragte. Jetzt sehe ich so groß aus wie eine Kuh, oder? Nein! Die Familie antwortete wieder und schüttelte den Kopf noch mehr. Was? Ich sehe immer noch kleiner als die Kuh aus? Das ist unmöglich! Diesmal atmete der Frosch so tief wie möglich ein und blähte sich mit aller Kraft auf. Aber als er pustete und pustete, knallte sein Bauch. Oh! Mein Bauch! Mein armer Bauch! Hallo Leute! Gefällt euch unser Video? Vergisst nicht, uns zu abonnieren! Abonnieren! Sucht nach Pingfong auf YouTube!